Seine Leidenschaft für gute Küche hat ihn ganz nach oben gebracht. Ich bin jetzt hier extra auf 1000 Meter Höhe. Jetzt begeht er sich auf die Spuren eines ganz besonderen Käses. Das in der Malkerei noch alles untersucht. Es geht um Menschen. Hier drauf ist der Michael, das ist einer der Milchbauern von Bergader und den besuche ich jetzt. Und es geht um den Genuss. Total fruchtig, sehr überraschend fruchtig zum Zuhause nachkochen. Begleiten Sie Sternekoch Andi Schweiger und entdecken Sie, was im Bergbauernkäse von Bergader steckt.